die radikalkur 4 die wir heute spielen wir machen viel feuer das ist so mein job die autos zerlegen dann ja also auto zerstören hier wie gibt es die jahren wie weit für job okay das kannst du mit haftbomben machen das ist weil die sind will das müsste eigentlich geben so radikalkur machen wir doch wer gibt die zum lager aus warum fahr ich mit meinem auto ich nehme mein auto mit am liebsten ach du machst wieder extra touren hier ja ich wusste jetzt nicht kein egal naja alles gut müssen jetzt im gleichen punkt also ja ich muss gerade gucken warum auch immer ja nicht auf dem sack so jetzt also mit dem motto geht das gar nicht mit dem mit dem kanaden und so na ja kann man schon hin wir haben ja kein zeitlimit wir haben ja wir haben noch kein zeit damit wer weiß ich ja gut normalerweise ist das hat immer am anfang schon dann fahren wir mal ich habe es jetzt offen dass mein team am lagerhaus ist ja ja wir sind schon unterwegs 500 meter noch die bräuchten wieder brauchen eine extra einladung oder braucht eine extra einladung so da sind wir schon so die frage ist dürfen wir dann mit dem auto rein oder kommen wir dann mit dem auto das passiert jetzt überhaupt das ist natürlich die nächste frage wir haben jetzt ladebildschirm jetzt mal drin vernichtet wir haben jetzt mal drin der muss hinter irgendwo stehen wir gibt dich in den keller wie fies da schleudert mir einfach kämpft das auto entgegen ich habe gar nichts getan ich kann ich kam gerade auf der auf der anderen seite rum und dann hast du das ding hochgejagt ja wir müssen ich habe gar nichts rumgejagt runtergejagt wo gibt es die keller wo bist du hier oben lang oder wie seid schon wie seid ihr unter dem keller ich habe sie die treppe oder was durch die tür was für die tür auch hier unten oder was aber naja ich habe schon gekümmert ich habe verwahrt wo seid ihr denn da runtergegangen ich habe nicht keine treffe gefunden gerade durch diese tür die tür daneben der doppeltür oder sind ich habe dann natürlich gesucht alles gut passt ich erwarte das hier ist ja sehr gut was müssen gegner von der tür und jetzt ist mal ganz schnell weg ja das wäre diesmal jetzt kommt ja gut wie beim ersten red dead redemption am schluss ich führe aufbauen ich halte die angreifenden gegner aus wenn ich froh dass man wieder in deckung gehen kann ja so ja das ist ja sehr nervig gewesen wenn sie geblieben wäre verlassen das gebiet ok gut ja dann da sind zwar noch gegner zwei stück drei stück bei mir steht aber verlassen das gebiet ja ja krepair bis bei mir im auto solche verschwinden jetzt relativ simpel gut ok wir haben im kurum macht es ein bisschen einfacher alles so wieder 5.000 erfahrungspunkte dafür gekriegt sehr gut so kaffee munition für 3.000 haben es ja jetzt da haben wir glaube ich alle gemacht ja von denen auf jeden fall alle durch das weiß ich nicht ganz alle heute aber kommt es auf ein und sonst haben sie alle heute gemacht so 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 ich kann über fährt mich ja einfach ja passiert fährst du mitten im weg so 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 gut so so